Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dieter. Heute zeige ich euch einen coolen Parcours, den ich aufgebaut habe. Gefilmt werde ich von... Kendlem Girl! Ihr könnt sie leider nicht sehen, weil sie die GoPro im Kopf hat, aber ich will nicht lange darüber reden und ich würde sagen, let's go! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.